Also ich bin jetzt hier grad wieder im Einkaufszentrum, was ich am Anfang des Tages auch schon mal besucht hatte. Und hier sieht man die ASEOS, also die Toilettenanlage. Und ja, finde ich schon ziemlich wichtig, egal bei welchem Gebäude, ob es jetzt Einkaufszentrum ist oder ein einzelnes Restaurant, ist also ziemlich sauber gewesen, kostete nichts, bestimmt und 15 Toiletten oder sowas in der Gegend und jede Menge Urinale. Ja, kann man nur empfehlen, bietet man nicht oft so in so einem guten Zustand. Und ja, befindet sich direkt, es gibt auch glaube ich keine andere Toilettenanlage im Gebäude, befindet sich direkt in der Nähe des Kinozentrums, wo glaube ich sieben Filme oder sieben Kinos möglicherweise vorhanden sind. Und das also direkt in der Nähe vom VIPs, das ist glaube ich so ein Restaurant, genau, ein Café-Restaurant. Und auch in der Nähe des Kinos, da befinden sich die Toilettenanlagen. Finde ich klasse, weil man dazu nicht extra noch irgendwo in ein Restaurant oder Café gehen muss und etwas bestellen muss, um dort die Toilette benutzen zu können. Die sind dann auch meistens ja noch kleiner, die Toiletten in irgendwelchen Restaurants. Ja, super. Also, Einkaufszentrum ist echt klasse.